Oli Shit, Oli Shit, Oli Shit Na dann hoffen wir, dass wir mal das Rätsel hier schaffen So, lasst unsere Feinde sich mit mit Eisen und Stein befestigen Ah, da hätte ich gleich mal gesagt, Eisen lasst die schuppigen Schlange herbeirufen Ja, das wirkt schon wie Schlange zum Beispiel Es wird ja nix nützen, niemand hat über die Zeitalter eine Armee mit solch einer Waffe gehabt Nix nützen, ja, nützen hört sich da dementsprechend gut an Weil es einfach sonst nicht, was hier dahingehend zu machen Wissen sollte solchen solchen Schrecken gegen die tiefen Schwarzen herrscht über ein bald schon strandenes Moor dazu Beanspruchung Beanspruchung Ja, in dem, in dem Effekt müssen wir das halt probieren Aber mal da halt den Horden und da tun wir halt das wechseln Und wir haben's Tja, würde man sagen Sesam öffnet dich Lass unsere Feinde sich mit Eisen und Stein rüssen Lass sie schuppige Schlangen herbeirufen wie in der West Es wird ihnen nix nützen Niemand hat über die Zeitalter eine Armee mit solch einer Waffe gehabt Uuuuh Solchen Schrecken gegen die tiefschwarzen Haugen Höswagen Herrschaft über ein bald schon strahlendes Motor zu Tja, ist aber nicht gerade besser Leider, leider Ist es eigentlich nicht gerade besser Kann man das nicht? Frag mich nur, kann man da nicht vielleicht irgendwie die Sachen, das BÜS, du DÖPBOT Ach du Scheiße Okay Kann man da dann irgendwie das verstärken Oder so, ist es einfach so wie bei Destiny zum Beispiel Kann man doch die Sachen verstärken Aber natürlich haben die Sachen natürlich da einen besseren Bonus und so Auf alle Fälle Drei von vier Aha, da haben wir was beim Ämchen So haben wir dann 50% dazu gezwungen Oh Ja, da hat man dann halt quasi So was wie eine einzigartige Rüstung Oder so Da kann man dann wenigstens filmed Jamen Ich denke mal Ich glaube Ja, da bin die Nummer Ich glaube Vielen Dank.